Servus Leute, mein Name ist Dr. Florian Roski und auf diesem Kanal lernst du, wie man in Immobilien investiert und wie man finanziell frei wird durch das Investieren in Immobilien. Aber hier gibt es mehr. Ich zeige dir die Probleme, die ich gehabt habe. Ich zeige dir Beispiele, wie ich in Immobilien investiere. Ich zeige dir Konzepte wie Buy and Hold, wie Fix und Flip und ich kann eine Menge über das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, beitragen. Denn ich bin selber verbandsgeprüfter Bausachverständiger, habe viele Immobilien investiert, habe eine eigene Hausverwaltung. Ich bin Immobilienbestseller, denn mein Motto ist, nur wer vorlebt, kann erzählen. Also abonniere diesen Kanal und lass dir das Gute Wissen, was ich für dich habe, nicht entgehen. Beste Grüße aus Panama City, dein Florian.